Willkommen im Nicht-Nuklear-Club Willkommen im Einfall-Nuklear-Club Ja, ich hab zwei Du hast auch dreimal brutal, ich hab glaube ich sechsmal brutal Ich war schon mal wieder 27-0 auf Drohne, aber bin wieder verrägt Du hast es doch schon, ich kann dich gar nicht beschweren Und dreimal brutal Ich hab sechsmal brutal Jemen Jemen Nein, nicht Jemen, Bushmaps Aftermesh Erstmal, als wir die E-Kart keiner mit uns spielen Oh, die Bayer Nein, nicht Express NEEEEEIN Ey kommt, bitte nicht cargo Cargo ist ne coole Map Nein, nein, nicht Express Doch Express 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 eine Nuklear gemacht. Die Mutter ist Express. Ne, du... Da kannst du ein Nuklear machen, nur wenn du richtigen Laufweg hast. Hey, du kannst auch Aftermath nuklear machen. Du kannst auch Mega Kill machen. Ja. Du kannst auch auf... Ich hab vorhin nur zwei Mal einen Drainante gekillt. Du kannst auf allen Nuklear haben, also... Weil die Sporen sind ja so teuerlich. Ja, was? Ich krieg ihn ein Burst mit der Rafika in die Brust, das wurde noch mal, noch mal tot mit der Rafika, und ja. Am Ende. Das passiert auch gar nicht oft in dem Spiel. Nö, überhaupt nicht. Musst du halt immer erzählen, wenn du was machst. Okay. Mach mal nicht Dauerlabern. Seid halt mal beide Level 28, gleiches Prestige. Ja, er und Jan. Ja, ich weiß. Wir alle drehen. Ja, schön. Ja, ich weiß. Ja, geil, es hängt sich erstmal wieder auf. Ja, wie immer. Ja, jetzt kannst du es so schön. Ja, ich doch stand da, ey. Ich doch laut, ma. Hey. Ich will C haben. Nein! Ich schaff' da nicht mehr. C will aber nicht dich haben, gleich. Nur weil ich meinen Apfel in den Mund genommen hab. Der spielt doch mit der M-Town. Ja, er weiß, die auf Gold spielen muss. Ich brauch noch die M-Town. Der hat mich so erschrocken, ey. Das wär härter wie Dead Space 3. Weiß, zockt er die ganze Zeit Dead Space 3 und dann erschreckt er sich in CW. Hey, will der mich verarschen? Oh, nee. Alter, mein Mauspit ist verrückt. Nein! Standard-Klasse. Lol. Wart'n Loops. We're losing C. Dohore! Jetzt quettet er da hoch. Ey, krieg du die Kinder. Boah, eislich muss ich den erst mal Shadow senden. Oh Gott, warum sterben sie nicht? Geflasht. Ey, ping 106. Ey, ich installier das Spiel. C ist abgesichert. Ah, ihr Noobs. Was macht ihr bei C, ihr Noobs? LOL! Alter, schreck mich halt. Hier rumcampen. LOL! Sentix, random kill. Oh, kommt ein Zug. Ich würd mal vom Gleisen gehen. Komm mal B, B, B. Oh, oh. Ah. Tore. 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 Counter. Legs. Warum? Oben sind die bei... Die kommen jetzt zu B. Nein, fahr da oben. Fahr da oben. Äh, Jan. Neiiiiiii! Ja, ich hab... Man ist gut. LOL! Die sind bei C. Die sind bei C. Die sind bei C. Ah, ah, ah. Ey, mach mal nicht ne andere Schmepper aufheben. Dann komm ich schneller im Zoom rein. Nein, Mann! Was soll denn der... Ja, toll. Ich, ich kämp' da an der Fahne. Echt? Ja, so ein Spaß, ne. WTF? Ich hab grad FPS-Lex. Ja, ich auch. Oh Gott. Ja, battelt halt hinter meinem Wächter und nicht davor. Oh, ne. Komm. Das geb' ich mir jetzt echt nicht, den Sniper, Alter. Lol. Hä? Jetzt kommt der mit der blutunterlaufenden Executioner Akimbo. Hammer. Das sieht ja mal aus. Wow! Uuuuuh! Friss! Ah! Scheiß Skorpion. Oh mein Gott, Alter. Okay, scheißegal, welche Waffe da zöne, Michael. Mann! Oh Gott, Executioner Akimbo, Alter. Ich hab schon das Zittern bekommen. Rauche Deckung, laden! Ja, Alter. Vor allem, der kommt auf zwei Meter. Weiß, der drückt dir die Dinger erst voll in den Hinterkopf, bevor er abdrückt. Mann! Oh Gott, oh Gott. Ohahaha. Ich krieg' so ne Angst, wenn ich den seh'. B! Ziel ausgeschaltet. Lasst mir B mit einnehmen. Oh, ich will auch... Uuh! Komm' auf A, glaub' ich. Alter, seid halt so dick und blockiert mich. Ja, sind auf A, sind auf A, sind auf A. Oh, 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 oh. Scharf, Schütze ausgeschaltet! Wir haben Alpha verloren! Okay, dann bin ich mit zu C. E ist eine. Ja, ich hab, ich hab Orbital, soll ich noch einsetzen? Ja, klar. Ja, ja, guck mal, wie... Oh nein, nein! Ach, scheiße. Ich hab jetzt auch was Schönes. Ja, ich auch Drohne. Ich hab zwei Kills. Loll. Zwei Kills. Willst du mich... Willst du mich verarschen? Drei. Jetzt bin ich erstmal... Alter, wer steuert da irgendwas? Ja, ich? Oh Mann! Ja, toll, ich kann mich nicht gegen drei Leute beschützen. Ja, ich weiß. Ich hab's ja... Ich wollte rausgehen. Oh oh. Hat's ja auch gehoffen, was er... Da kennt er nicht. Warum gehst du überhaupt rein? Was war das überhaupt? Oh Mann! Ja, Hellstorm. Ich wollte gegen... Eintetzen. Ey, ey, ich hab ja nicht gewusst, dass ich das spawne. Die sind da ja nicht gespawnt. Die waren da schon vorher. Die sind einfach gekommen. Nein, Mann! Jetzt bin ich wieder auf Streak gestorben. So schaffe ich nie Nuklear, wenn die so 40 spielen. Oh, der Käpt da mit Messer. Alter, bestimmt. Ich hab gleich Hunde. Hallo, ich bin kurz von Nuklear. Ja, du bist kurz von Nuklear. Ich glaube, Fall, jung. Ich hab bestimmt mit vier Kills. Oh, pff. Oh, krass. Ich hab Hunde. Hunde für nix. Hunde. Oha! Ah! Ah! Oh, sie quitten. Ja! Na toll, jetzt hab ich Hunde, ey. Und scheiß werden die quitten, ey. Die werden jetzt recht gewinnen. Die jetzt etwa eingesetzt gerade? Nein! Halt! Ah, ihr Wichser, ey. Komm, lasst mir den Last Kill. Das war unfair. Sofort wieder EMP. Okay. Ach, komm. Ist klar. Loll. Scheiße! Ach du, Wichser. Loll. Ich hab einen gebraten. Ich hab gebraten. Habt ihr schon meine Last Kill, ey, Abgrundkamera gesehen, wenn der Wächter die gemacht hat? Das ist richtig cool. Ja. X-22. No, Klaus, den Trickshot. Nein! Die hab ich aufgehoben. Äh, ja, ich denk mir schon. Habt ihr gesehen, wie das was drauf war? Gefahr eliminiert. Was bist du für'n Sniper-Spieler, Alter? Du spielst nur Sniper? Ja. Ich hab die aufgehoben. Wie oft noch? Achso. Achso. Also, ich hau'n. Sieht ziemlich gut. Oh. Ich hau' dann nachher rund um uns. Ja, bloß. Ich war echt los. Hellstorm, Mann. Boah, Lothstorm und Hellstorm ist voll das Gleiche. Beides richtig hart. Ja, die Rakete sind gleich. Jetzt sollen wir mal B lassen. Nö. Ja, dank, ja. Dankeschön. Jetzt werd ich einfach... Ne, der eine verreckt hat nicht. Gefress, die Wichser. Oh, ich hab Drohne. Ja, krass. EMP. Ich hab zwei EMPs mit vier Kills. Die ich ihn nicht treffe. Ja, ja. Kepler. Nee, jetzt wir sind in die C ein, Mann. Hast du das denn jetzt gerechnet? Ja, weil die jetzt im A, weil die jetzt im A ein. Ey, let's close rein. Reset. Ja, toll. Gehen die alle raus. Geil. Ja, Hund fängt ich, ey. Könnt ihr mal auch schon so gut zu sein, dann klicken die alle. Deswegen mal... Ja, da können wir ja nichts für. Ja, hört man auch so gut zu sein. Ja, wenn die Stars so schlecht sind in dem Game, können wir auch nicht dafür wirklich. Nur Spaß. Ja, toll, ey. Nee, ich muss fünf Kills mit aktiver Hundestaffel machen, ohne zu sterben. Ich kick ja nicht mal fünf Kills hin, weil keiner da ist. Warte, lass den A einnehmen. Lass den A einnehmen. So, okay. Ja, dank. Nee, der Loadstar macht das eh nicht. Ja, dachte ich mir auch gerade. Wir müssen auch für diese Loadstar Streaks sind, um mitzunehmen. Ja. Ja, ich hab Drohne-Rechter-Runde. Ich hab ja eh... Drohne-Counter-VMP. Ja, okay, okay. Ja. Ich dachte mir eine eigentlich... Ja, geil. Ja, Feindaufgabe. Ja, geil. Da kommen gerade wieder welche rein. Ja, aber die sind alle von einem Clan, gehen wahrscheinlich gleich alle wieder raus. Also soll ich nicht mehr Loadstar reinpacken oder was? Ja, guck. Nee. Das wird doch nichts mehr in die Schau... Ja, okay. Sie sind drin. Sie sind drin. Oh, scheiß Telefon, Alter. Ja, geil. Hat das Spiel... Ja, geil! Mann. Einer ist drinnen, oder? Nee. Nö. Ist doch Bullshit. Ja, okay. Ja, toll. Hammer. Da kommen neue rein. Die sollen schneller laden. Ja, die laden doch aber nicht so schnell. Der drückt doch jetzt nicht auf Start, der Typ. Der braucht doch drei Jahre um seine Klasse. Doch, als Start gedrückt. Als Start gedrückt. Ja, okay. Ui, ui, ui. Lol, Alter. Ich hatte gerade 12 FPS. Ja, lol. Ach, da holen wir noch mal. Cokes und Nutten. Drohne nähert sich. Der lag halt noch mehr rum, du Hurensohn. Ich hab keine Muni mehr. So. Ja. Der haut halt mal ins Orbi raus. Ja, der lagt ab nochmal, Alter. Ja, jeder lagt. Ja, die sollen C einnehmen. Jetzt nehmt doch C ein. Nein, gut, ey. Ach, so toll. Wer hat die bei C... Ach, scheiße. Ja, cool. Ja, so wird das nix. Sind halt Dauer-EMP'd. Jetzt gehen sie wieder raus. Weiß, die gehen alle raus, weil ihr die nix einnehmen lasst. Was soll denn der Scheiß? Nehmt mal kein EMP, sondern nur V-Set. Dann quicken die auch nicht so schnell. Kein Orbi und so. Äh, kein... Kein Orbi. Kein, ähm... Nur V-Set. Kein Orbi. Nein, ich meinte kein Loadstar. Alter, ihr lasst die aber auch nicht einnehmen. Ich nehm einen doch nur noch Drohne mit. Was zeigt die denn... Lasst die mal was einnehmen, Mann. Ihr seid doch bekloppt. Den einen Typen sollen wir jetzt was einnehmen lassen. Ja, ihr tötet mich. Bin leergeschossen. Danke, Leon. Oh mein Gott. You serious bitch. Quitte gleiche. Okay, dann töten wir den jetzt. Toll. Wann gewonnen. Wird der wieder gejagt. Ja, ich will nur nicht, dass ihr... Weißt, ihr sorgt immer dafür, dass alle rausgehen. Da haben wir noch immer noch so... Weißt du, so 3, 2 Leute und dann... Rape die, die man so richtig hart, bevor ich mal das Züge einsetze. Wollhack. Leon, wie viel kostet der Hack eigentlich? Ja. 40. Operation abgeschlossen. 50. Ist das der... X... X-44? Nein, X-21, der Bauer. Also... Der ist... Der ist... Ich mein voller Ernst. Glaub ich dir aber nicht. Ja, du mein voller Ernst. 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 Ja, du mein Ernst. Hehehe. Nehm mal Carrier. Was Carrier? Carrier. Oh Gott, ich hasse Carrier. Egal. Musst mir auch die Warthog Visitenkarte haben. Fehl... Ja. Ja. Ich schau jetzt mal nach, was gibt's nicht so... Carrier, Alter, ihr seid doch krank. Hunde... Was? Ja... Denk ich mir auch, aber... Naja. Was willst du denn machen? Falle, was? Äh... Alter, der Wächter... Der sch... Also ich hab 130 Assistpunkte. Das dauert so ewig! Boah... Naja... Und die 5 Kills mit... mit aktiver Hundestaffel ohne zu sterben gehen irgendwie gar nicht, weil die entweder alle... alle quitten oder du die Gegner nicht findest. Jetzt ist schon bisschen gay... Jetzt spie ich grad n' dem Tag. Wee, 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 wee... Wee, 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 wee... Wee, wee... Wee, wee, wee... Wee, wee... Wee... TUTUTUTUTUTUTUTUTUTI Hey Raffi, Sprenkommando! Alter, geht mir nicht auf die Nerven! Alter, was soll denn das jetzt? Ach soll ich Loads oder? Mach halt Gangnam Style! Soll ich Loads jetzt drinnen haben oder nicht? Schau halt das Maul Style! Halt die einmal dem Mist gewöhnt! Die Friste? hab das Maul... ...ihr am Aufruf. ...joa... ...joa... Nice! Das ist nicht jarrig Wie denn sonst? Das war in der Lobby Das war in der Lobby Dieser Koma-Night-Wolf oder glaube Keine Ahnung leider Barf dich! Ah, Junge Sparf dich Ich hab voll das Commander Krieger-Aim Oh Gott Ja geil, dann hau rein Moment Ist das gut oder schlecht? Ich schau den Typen nicht Schlecht natürlich Ja, okay, das kann ich mir denken, aber wie schlecht? Ist das RPG-Style schlecht? Ah! Ich weiß ja nicht Ja, aber das richtige Stichwort, Max M-G-Y-O Oh, wieso lag das so ab nochmal, Mann? Ja, wo lag die Lobby? Lekt schon die ganze Zeit Oh Ey, damit hab ich schon mal spielen Loll, Alter, wieso hab ich so wenig Frames? Ja, das lag dringend in der Lobby Boah! Ja, Hammer! Kannst ja mal gar nichts machen Max, ich würd da nicht hingehen, da sind zwei Typen, die da hinziehen Dank mir Ja, schön, die fick ich den Arsch Wir verlieren B Ja, mach ich Bobo fick, dann ziehen die nirgendwo mehr hin, Alter, ohne Spaß Ich kann nur den Du bist aber tot Ja, äh, lag Ey, die berühmten 30 FPS Ey, die berühmten 30 FPS Leggy Shit, kaufst euch mal Internet Was hat das mit unserem Internet zu tun, du Lack? Lag Compensation Ja, na trotzdem, der Ping nicht Nur lag Compensation ist da nochmal was anderes 200k Ah, was? Bonze Pfff Verwendete Drohne Wie das laggt, ey Hä? Hä? Ich hab gedrückt Was? Ey, wie geil ich einfach aimen kann, ne? Wenn das so laggt Ich mein, ich hab hier so grad schon voller Scheiße im Enten Ja, ich hab die berühmten 30 Frames gerade Ja, geil Ja, und wie viel ich halt da machen kann Boah, ist ja hässlich, wenn das so laggt Bullshit Ey, oh mein Gott Das laggt so, ich kann den Gegner nicht treffen Ja, ich auch nicht Wir haben den Schnapper spült Geh gleich raus Alter, du kannst ja gar nix machen, ey Wegen Aufkauf Hä, ich drück und schieß nicht Was ist denn jetzt los? Das ist normale Aufnahmen Scheißgegen, ey Was? Boah Boah Wird die ganze Zeit allein mit M1216 schalten Alter Ja, geht's aber los Ich muss da schon bangen, dass ich den Den kriegt der einfach nur in der Ecke So und nicht schießt Also ich glaub, es gibt Überschrottfüchte, das kann man noch toppen Indem man ihn noch mit Schalldämpfer spielt Dann ist das noch Ein Stückchen Ey, bei A ist einer Schlimmer Ey, geh mir mal eine andere Ey, was ist das denn bitte? Dann bist du, ich geh raus Ey, so kann man nicht spielen Ja, aber kein Bock mehr Das ist doch schon normal Das ist doch normal Man drückt und der schießt Kein Bock mehr auf das Schallspiel Jan, hast du Dings? 10,4,3,5 Gold Nee, mach ich Ja, mach ich Ich hol mir gleich vielleicht Ja, ich weiß nicht, Dead Space oder Doch Ja? Ja Kann man als Koop? Ja, kann man Ähm Ja, dann lohnt ihr die nicht mehr Dann lohnt ihr die nicht mehr Alter, ich geh grad voll ab Weil die anscheinend auch lenken Oh Wer hat von euch SimCity5? Ich 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 Ja, lass mal alle spielen Noll! Pfuh, Junge, Mann! Kommt auf meine Region Nein, komm, auf unsere Ich wollte auf Hunde spielen Nein, Mann, wie weit seid ihr mit eurer Stadt? Ich will nicht wieder von neu anfangen Weit genug Ja, Leon hat auch gerade neu angefangen Ja, gär Das geht schon Ja, ich hätte nichts gegen neu anfangen Ja, meine auch Ja, meine auch Ja, meine auch Alter, wir haben gerade aufgehört mit SimCity spielen Weil ihr meintet, wir sind alle süchtig Vor allem Yannick Jetzt Ich geh raus und spielen Jetzt spielen wir Black Ops 2 und jetzt geht ihr nur noch über SimCity Das soll der Ich sag mal ein Original Da vorgehen Haha, ihr seid solche Lacher Add ihn auf mein Profil Yannick Okay Okay, ich geh hier raus Ich hab 50 Frames und das lag wie Sau Da kannst du nix machen, ey Du mir auf die Region, die ich jetzt erstelle Dann lad dich ein dann Ich lad dich alle ein Ja, okay, dann Ja, ich zock gleich mit Geht auf mein Geht auf mein Profil Ja, okay Ja, okay Okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay